wow ich bin wieder zu weit gegangen komm mal zu dir rüber mal looky looky machen komm mal hier siehst du was soll das bedeuten portal unten und portal hier aber man kann hier nicht reinspringen das ist das ja dass man fliegt warte mal ich drücke auf falschen knapp guck mal was denn ich habe da unten gerade ein portal hin machen können okay da bist du ja man kann durchs gitter portale machen das stimmt warte mal ich habe eine idee und zwar ne warte mal geh mal hier durch und versuch mal dass du drüben landest okay dann mach mal dass du mal da rein springst ne das ist zu schräg ne warte jetzt mach mal versuch mal dass du mal fliegst das blaue war das das ist was scheiße scheiße ich widerstehe es mir wenn persönliche interpretationen in das künstlerische einfließen aber deine interpretation ist nicht säurefesten test subjekts war wundervoll das ist säure auch geil und nein okay boah ey wie mies sind die dinger denn kannst du mir das mal verraten warte mal da war echt nix ne hallo sollte das eben durch die wände kann auch keine portale machen das geht auch nicht ich mich dabei immer erschrecke boah ja scheiße hat nicht so geklappt wie das heute ach was das hätte ich jetzt auch nicht gedacht schlau schlau ein ganzer portal setzen aber das bringt ja nix ach warte mal mich ich kann mal bitte her zu mir ja das geht so nicht hallo ich kann mich nur zu dir so blöd da geht da durch da drüben eigentlich war meine idee dass du da einsetzt aber das mit fliegen wäre blöd doch warte ich komm ich mach das und zwar geht sie jetzt darüber und dann sitzt du auf der anderen seite das portal noch lass das jetzt boah ich kann mir aber selbst kein katapult machen heute nämlich dass ich dann hier so durchfliege aber das klappt ja gar nicht warte mal oder doch doch wenn ich hier das setze und das da und wenn ich dann direkt durchfliege und das blaue nochmal setzt so so und da kam jetzt eine weiße plattform und zwar geht das jetzt nämlich so äh zack zack aber darüber dann darüber dann darüber dann hier setzen und äh ich würde sagen da setzen dann nehme ich mir das dann lasse ich mich durchschießen ouch und drüber da geile scheiße wettet ihr vielleicht darum wem von euch beiden die säure mehr gefällt jup aber irgendwie muss das so klappen sagen kannst du mir da nichts äh okay es muss ja so gehen wie soll das bisschen denn sonst gehen indem ich selbst sterbe nach versuche den wölfe rüber zu werfen ouch jetzt hat er die nicht losgelassen aber ich da es sich hier um kunst und nicht um einen test handelt gibt es keine wirkliche lösung aber gäbe es eine wäre das nicht der beste ansatz meinst du vielleicht kann ich den hier fangen ja aber das problem ist man muss schaffen den weg zu schmeißen ich habe schon verstanden ihr liebt die tödliche säure wir alle lieben sie können wir jetzt vielleicht fortfahren hast du was vergessen ja ich weiß dass ich da was vergessen habe aber ich kann auch ne ich kann keine portale setzen warte mal vielleicht kann ich auch nur den da fliegen lassen fang oh der ist weit weg ah ja der fliegt zu weit weg alles klar hm ist ja komisch man kann mit dem würfel keine portale setzen das ist das problem na toll schon wieder nicht ich probiere es nochmal äh hättest du eh eigentlich gedrückt nö brauchst du gar nicht äh das bringt zwar nix er lässt ihn auch nicht los wenn er soll hm schon voll merkwürdig ne hm 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 weil hier kannst du ja kein paar da hinsetzen, das ist ja das Problem warte mal wow hi puh boah ey echt jetzt andere Möglichkeit gibt's ja gar nicht so ein Spiel ist mir irgendwie zu hoch kannst du den Würfel durchs Loch geben, ne 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 geht nicht was war das denn? ich hab den durchs Loch gegeben ja aber lass mal hm 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 Hallo? Nein, oh. Warte mal. Kann ich dir den klauen? So, du machst einmal da oben im Portal und da. Du kannst zwei hinsetzen, ne? Ich kann nichts verhinsetzen. Ne, mach mal. Wow, falsch. Und dann gehst du. Soll ich den einfach da drauflegen oder mitfliegen? Leg einfach mal rauf. Ah, scheiße. Das war zu spät. Also nochmal. Drei, zwei, eins. Scheiße. Warte mal. Nochmal. Drei, zwei, eins. Ach, toll. Drei, zwei, eins. Ich hab ihn. Na, geht doch. Auf die Lösung hätte man auch früher kommen können, ne? Sehr gut. Ihr habt alle Metaphern dieses Exponats in Rekordzeit entschlüsselt. Rekordzeit? Ich betrachte es als künstlerisch wertvoll. Ja, ist klar. Ich hab so viel Scheiße gebaut dabei. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Schräge Scheiße, manchmal, ne? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Schräge Scheiße, manchmal, ne? Mann, ey. Ja, aber. Oh, Mann, irgendwie, was? hier gibt es mit wand und springen stirbt in lava ich mein ach so dass die blaue gülle so das bringt schon mal gar nichts hoops